So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 und wir stehen vor diesem Aufzug und gehen natürlich direkt rein. Was anderes wollte ich auch gar nicht machen. Und ja, wir sind zurück in diesem, ja, ich will nicht sagen in dieser Wheatly-Hölle. Ich bin auch für mich allein. Ja, ja, manchmal bin ich schon komisch auf. Na gut, gehen wir einfach weiter, hätte ich gesagt. Und tun uns den nächsten Test an. Okay, wir haben hier nicht wirklich viel aus einem Laser, mit dem wir uns... Das ist eine gute Frage. Ich war bis jetzt sicherlich nur da. Dann kommen wir einfach mal da rein. Ich habe mal Angst, wenn ich es... Oh Gott, das war's. Obwohl... Nein! Das war's Falsche. Und das war's nicht. Okay. Das war's definitiv nicht. Hm. Wenn, war schon mal ein interessantes Rätsel von Wheatly. Und interessant, dass ich es nicht gleich lösen konnte. Aber man muss... Oh. Man kann eigentlich... Bitte spring nicht daneben, danke. Weil man sieht von hier ja nichts. Man kommt nicht gegen die Strömung an. Man muss also wahrscheinlich erst mal so. Das Problem ist, wenn ich dann... Das ist eine gute Frage. Aha. So. Das heißt, es ist für den Computer verboten, uns zu helfen. Die Frage ist nur, was sollen wir jetzt mit dem... Ist irgendwo ein Schalter? Hab ich hier irgendwo ein Schalter übersehen? Achso, ja. Da. Ähm. Holen wir uns mal hier hoch. Hallo. Liebes kleines... Ding. Haha. Das war wirklich lustig, ja. Das war wirklich lustig. Da fängt man ja langsam glad aus, echt zu mögen. Wenn man auf der anderen Seite nur Wheatley hat. Okay, das heißt, man muss sich entweder gleich wieder selber irgendwie so einen Test ausdenken. Oder... Mal schauen. Ich komme, ich komme, ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzte und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette. Richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Hm. Soll das so sein? Und, los geht's. Sei ehrlich, man merkt das gar nicht, oder? Tauch. Wir brauchen... zuerst... müssen wir mal da rüber. Das heißt, am besten so und wir... beamen uns über die Schlucht. Da geht es tief runter. So, hier wollte ich. Jetzt können wir uns natürlich hier in einen... Knochen, würde ich sagen. ... eine Kugel holen. Ah. So. So. Ist das schon passend? Werden wir gleich sehen. Nein. Dann da hin. Jetzt passend? Jopp. Ähm. Ah, okay. So. Na, komm her. Haha. Und jetzt? Bloß nicht. Bloß nicht weglaufen. Entschuldigt bitte. Dann könnten wir uns dann... so da rüber schießen. Komm mal mit. Wir machen jetzt eine kluge Flugpartie. So. Dann können wir einfach hier rüber gehen. Ähm. Jetzt müssen wir natürlich das Ding noch... Da... Nein. Böse. Da hoch bekommen. Und dann da dagegen. Oh, das ist zu hoch. Sehr gut, aber wir müssen da ja auch noch hoch irgendwie... Das war natürlich unklug. Das heißt, wenn ich hier mache, wird es runterfallen. Das heißt, wir müssen erstmal da rüber. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. So. Aha. Na komm, runter. So. Und jetzt? Ja, müssen wir mehr... Oder minder. Da unten komme ich nicht ran. Ja, nee. Dann machen wir es schnell nochmal. So. Oh, da oben scheint einiges kaputt zu sein. Okay. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, ob wir was... ... verpasst haben. Ich sollte vielleicht mehr darauf achten. Oh nein. Es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Äh. Ja, Klaados. Ich hoffe du hast... Was passiert eigentlich schneller? Ich kriege keine Angst. Nein. Alles gut. Es könnte nur hier alles in Luft gehen. Wir dürfen nicht die Kernschmelze vergessen. Okay. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Was? Was ist so schlimm am adoptiert sein? Was schlimm daran ist adoptiert zu sein? Äh. Naja. Zunächst mal... Damit du es weißt. Du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will das hier nicht fassen. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind vollweisend. Leonie Atemduschwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. So. Tschüss Turm. Und tschüss Turm. Fast auf Wiedersehen. Jetzt auf Wiedersehen Turm. Gehre darin zurück, wo du her kamst. So. Hier ist aber nichts. Das heißt... Das heißt... Wir schauen da runter. Da geht es tief. Und... Wir müssen da rüber. Ah. Die Frage ist nur, wie. Weil so kommen wir nicht da... Oh Gott. Das ist natürlich hilfreich. Da. Ich wollte mich nicht vom Knopf setzen. So. Nein. 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 Kommst du wieder her? Also wirklich. So. So. So und jetzt. Tüdelü. Die Frage ist nur... Achso. Okay. Passt alles. Ah. Fast. So. Das reicht schon. Müssen wir nicht töten. Er hat uns ja treu gedient. Dabei ist ein Fest zu einfach. Aber nicht einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopf-Sache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Der bleibt aber auch ein Schwachkopf. Der Wheatley. Also wem hätte das immer gesagt. Egal wie schnell wir sind. Weil er denkt, er kann uns so ein bisschen beleidigen. Jetzt spielt er klassische Musik. Mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut. Weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ach Wheatley. Okay. Wir haben wieder viel Spaß mit Zeug. Schauen wir einfach mal uns ein bisschen um. Um. Und vor allem wieder mal runter. Nicht dass wir was verpassen auf irgendwas Offensichtliches. Ähm. Was können wir machen? Wir sehen hier Zeug durchfliegen. Und wir können uns ja mal hier rüber schießen. Nur gebracht hat's uns nichts. Was können wir da? Yeah. Die Frage ist was es uns bringt. Aber. Hey. Man weiß ja nie. So. Was haben wir denn hier? Knopf. Ein Schalter. Wir wollen also eventuell da rüber. Zum Schalter. Die gute Frage. Das ist natürlich weh. Ah. So. Ich mag die Musik wenn man springt. So. Da. Werfen wir den nur durch die Gegend. Das heißt wir holen uns den mal. So. Wollen wir den hier bei uns haben? Wir wollen den hier bei uns haben. Und dann ist natürlich einfach. So. Oh. Was war das denn? Das war gar nicht. Nichts. Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Ja aber. Ja aber das ist ein verrückter Dummkopf. Eieiei. Das kann doch zu Problemen führen. Das wird definitiv lustig. Nicht. Na ja. Schauen wir es mal. Oh. Operator Error. Molten Core Warning. Oh Gott. Beilen wir uns mal lieber ein Stückchen. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts, nichts. Oh, ich dachte du hättest was gesagt. Hier bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Also da unten ist. Schmerzhafter Tod. Oh, gut gemacht Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Was? Stirb. Schade. Bringt nichts mehr. Schade, schade. Ähm. Wir wollen da rüber. Schaffen sie aber so nicht. Können die Sprungblatträume nicht benutzen? Und die sind in der Gittern. Okay. Ha. Das ist ne gute Frage jetzt. Ach so. Ja, die hab ich gar nicht gesehen. Yep. So, was machst du? Oh! Ich hab's vergessen. Ach, ich hab... Oh, ich bin drauf reingefallen. Ich bin drauf reingefallen. Auf die offensichtliche Falle bin ich reingefallen. Die Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Oh, gut gemacht Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Wir können aber das abfangen. Hoffentlich, wenn ich's jetzt nicht so hoch gesetzt hab. Naja... So. Jetzt nochmal. Die Frage ist nur... Was bringt es uns? Gut, wir können da runter... Ne! Da hab ich mich jetzt... dämlich eingesperrt. So... Und hab... Haha, nicht nochmal... Das war jetzt blöd. Aber nichts... Was sich... Was sich nicht lösen lässt. So... Die Frage ist, was bringt uns... Das? Das bringt nichts. So schön es wäre... Wie ist das da hoch? Ne, sieht mal komisch aus. Ähm... Ham... Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Okay... Sind da drin Wände? Ne... Und Ne... Aber wir kommen da rum. Das heißt... Eventuell... Könnten wir... Es so machen. So. Jetzt hätte ich den... Block gleich mitnehmen müssen. Haha. Haha. So. Nehmen wir den Block mit. Ham... Gehen gleich hier rüber. Und wir müssen dann noch... Die ablenken. So. Und dann können wir hier runter. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ich verpasse alles. Frecker. So. Wir müssen jetzt nochmal da hoch. Auch wenn wir den nicht damit runter holen können. Schade eigentlich. Ich hätte gerne seine Fresse von da oben runter gehört. Okay, das ist ja jetzt nur ein Kern, aber... Ihr wisst was ich meine. Und wir haben immer noch die Kernwarnung. Das wird traurig.